hallo und herzlich willkommen bei RetoGamble. Ich bin heute wieder nach dem Ticket und heute euer Spiel TAPTITANZ 2. Viel Spaß. TAPTITANZ? TAPTITANZ? So viel so. Viel Spaß. Ach warte mal, hier ist es doch. Bestimmt. Viel Spaß. Und da sind sie auch schon und los geht es. Vision 5.16 in Ordnung. Ich habe einen gespeicherten Spielstamm von mir genommen. Natürlich geht das immer nur, ob zu speichern. Wenn man das eine macht, hier, warte mal, wie heißt das? Das hier. Press Ding. Das wird heute mein Ziel sein. Einmal bis dorthin spielen, dass ich das machen kann. Und dann. Ja. Jetzt noch zwei Sachen. Hier ist was Neues. Geld, Kosteln muss, bei Bebeten. Okay. Gut. Oh. Ich kann wieder. Mal schauen, wie lange wir brauchen, bis wir das eine hier haben, das Press Ding, ihr wisst was ich meine, das hier. Automatisch kaufen, ja, aber wenn man es automatisch später kauft, kann man es eigentlich so laufen lassen in der ganze Zeit. Dann geht hier alles automatisch. Denk ich mal so, ich weiß es nicht. Oh, der nächste, der vierte. Oh, gleich kommt der Pinguin. Ähm, ausgerüstet, 3,5. Ja, der ist besser, lass mal. Hab nur den. Und da ist mein Weihnachtsanzug besser. Der Weihnachtszauber ist besser als von Weihnachten. Nur schwer nicht. Ja. Ja. Ich bin jetzt schon in Level 82. Ich bin in Stufe 20, 102, die anderen müssen wir nicht schaden. 110. Damals hat er auch so ein Spiel gehabt. Ganz damals, vor sehr sehr langer Zeit. Und da war ich schon immer so am Drücken drin. Auf der Maus saß. An der Maus saß. Dann tat mir meinen Arm weh. Jetzt ist es schon ein bisschen leichter. Ich brauche einen Knopf drücken. Der Makro macht eine Rotation. Und zack, zack, zack. Fertig. Zack, zack. Vielen Dank. Ach ja. Warum sind die Müsse eigentlich so komisch jetzt so aus? Weil man immer so gelb hier, wie das hier. Sie sind so rödlich mit, was ist das, so naturmäßig? Egal. Egal. Kaufen wir mal ein paar sauber. Also bislang macht das Pressding bei mir keinen Sinn, weil ich noch gar nichts gekriegt habe. Keine Klamotten, kein Haustier. Ich müsste eine Sache bekommen, damit ich das benutzen kann. Benutzen kann ich das auch schon so, aber... Meine Frau möchte Live-Video machen. Ich frage mal. Eine Minute. Ich würde bestimmt sagen, ja, aber... Okay, später. Gut. Dann später. Übrigens bei RedDogFlock ist wieder ein Gewinnspiel auf meinem anderen Kanal. Okay. 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 wer gerne ein headset braucht so was hier ein gewinnspiel ich habe immer noch nichts gekriegt gib mir doch wenigstens ein na ihr so ein tier ein haustier oder waffe damit sich das lohnt sich mensch gleich bei level 60 und ich habe noch nichts gekriegt ich muss ein bisschen weiterspielen leute normal wäre ich jetzt in fünf runden fertig in vier runden aber ich kriege nicht das was ich haben möchte ich noch mal ein paar zauber ich kann es jetzt benutzen kann ich schon ich bin auch gar nicht level 60 ich bin ja gleich da level 59 und jetzt kommt es so level 60 ich habe noch nichts gekriegt also sprich wenn ich das jetzt mache ist mein ganzes scale drag und ist eigentlich alles weg daher bringt mir das jetzt gerade gar nichts deswegen muss ich noch ein bisschen warten ich habe noch nichts gekriegt ich habe noch ein bisschen ich habe noch nicht egal ja, ich weiß, ich weiß ich weiß, ich weiß Ja, war er zu. also grün ist immer weiter Tja, also es ist eigentlich gar kein Labyrinth, das ist nur... Oh, ich kann nicht mehr, keine Punkte mehr, gut dann aber die Oh, ich habe zwei Haustiere Erfolgen, einsam Schauen wir mal, ähm, boah, 11,6 Den nimmer Ausgerüstet Mütze Aber 3,4 und ist doch die beste Anzug 3,3 sind, auch der beste Zauber 3,2,3, aber auch noch der beste Und 3,1 Muss ich alles einmal anklicken, ja Aber das ist heftig, hier eine 11, 11,6,5 Boah Oh, verschwindet das neue, denn ich So Doppelklick drauf mal, ne Da muss man ja mal gucken, was besser bei passiv und aktiv ist Also er hat eine passiv Fähigkeit Und der hat eine passiv Fähigkeit Ich glaube, einer hat keine passiv Fähigkeit Deswegen nehme ich immer den dann Der hat passiv 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 Und auch alle passiv Passiv Ah, hier, der hat nichts Also er hat schon eine passiv Fähigkeit, aber die ist auf 0,0 Und daher nehme ich den dann Gut, dann schauen wir mal, ob mein Schwert geworden ist Ja Ja Ich werde da wäre der nächste Ich habe hier drüber noch nichts bekommen Nur hier über das Nebenanspiel, sage ich jetzt mal Ich spiele bis zu 100, okay, bis zu 100 Dann ist aber wirklich vorbei Ich hoffe, bis dahin kriege ich etwas Sonst wird das ziemlich ärgerlich Dass ich das Spiel neu starte ohne nichts Also ohne nichts von dem TapTap gekriegt zu haben Von Labyrinth habe ich Sachen gekriegt Richtig gut das Von TapTap Nichts Gar nichts Was mich natürlich interessiert ist Wenn ich das abspeichern möchte Muss ich das nochmal so eingeben, dass ich abspeichere oder weiß ich, dass wir einfach rausgehen Dafür schreibe ich mir nachher gleich mal die Waffe auf und kontrolliere beim nächsten Mal Ob das dann der Fall ist Aber ansonsten müsste das Spiel runterhauen, wir neu installieren Doch, weil ich keine Lust Dann weiß ich aber nicht Wenn ich es bis dahin weiß Ich weiß es nicht, ob ich es bis dahin noch weiß Achja Ich habe das damals, wo ich das Spiel gespielt hatte Das erste Mal habe ich mir gedacht Oh cool Das Spiel wollte ich schon immer mal wieder haben Und Da habe ich das stundenlang gelaufen lassen Ich glaube ich habe das zwei Wochen lang durchgespielt immer Da wusste ich ja nicht mit den Abspeichern dachte ich Weil ich mich über Facebook angemeldet habe Ist das abgespeichert Und ich habe das dann Ich habe das dann Hat er irgendwie runtergeschmissen Neu installiert Und dann war es auf einmal weg Mein Spielstand Ich habe mich geärbt Na ja Es war mal Zeit Wann habe ich denn das Spiel angefangen? Vor drei Jahren glaube ich war das aber ich habe immer noch keine drohne ich will die drohne noch an das hat trotzdem noch weiter spielen weil die sachen ist ja hier gewinnt werde ich dann auf den anderen youtube kanal verlosen ein gewinnspiel gewinnen auch hier nichts ich rausche hier durch aber ich bekomme nichts ich stehe hier noch den kippen und Vielen Dank. Vielen Dank. Was habe ich in der Unternehmung? Was habe ich in der Unternehmung? Was habe ich in der Unternehmung? Ach, da ist er, der Käpt'n. Boah, guck mal, der macht einen Schuss. Bupftot. Tot. Boah, der macht den Schaden. Da brauche er mich ja gar nicht mehr. Mit einem Schuss alles tot. Wie lange? Wer ist gut? Wie ist der Käpt'n? Ähm... 1,5 mehr Gold. Boah, wenn ich 100 Diamante mitzahle, kriege ich Gold, warum ist das nicht umsonst? Warte mal, wo sind meine Diamanten? Ich möchte mal ausprobieren. Ich möchte mal ausprobieren. Wie viel Diamante ich habe. Okay. Jetzt gibt es hier normale Mützen. Ich schief vorhin die ganze Zeit. Ich probiere das mal aus. Ah, da muss ich bezahlen, okay. Ja, ne, dann lieber nicht. Das wäre sowieso gleich wieder. Und das Geld verschwindet sowieso wieder, wenn man das hier macht. Genau wie dein Level. Aber ich habe doch nichts gewonnen hier. Nichts. Warte mal. Ein bisschen rumklicken hier oben. Ich schalte das da oben nicht, das Makro geht. Okay, das geht nur damit. Hier geht das Makro. Hier unten. Ich kann auch Shift gedrückt lassen. Das ist doch leichter. Oh, jetzt. Ich habe beim Buffs eingeschaltet. Hier unten. 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 negativ. Habe ich nichts gekriegt. Nichts. Nichts von den Spielen mehr. Nur von dem Labyrinth. Gleich bin ich Level 100. Dann kriege ich einen Stern. Ach, ich habe den Boss nicht besiegt. Oh, besser. Übel. So. Okay. Haben wir den Boss geschafft. Stufen hart. Was mit neu? Ich habe nichts gesehen. Das ist der Biss Day. Okay. Wir haben jetzt alles gemacht. Ich werde jetzt gleich das Ding machen. Ich möchte nur einmal was ausprobieren. Immer. Immer das gleich. Ich mache das und dann auf einmal nehme ich mich das dann ausprobieren. So, 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 so und so. Schauen, wie schnell das geht. Uuuuuh. Eieieiei. guck mal hier mein schwarzer schatten da habe ich in wie lange doch das immer 10 sekunden 10 sekunden 6 levels gemacht das kann man sagen das weiß ich denke und kann mitgekriegt das makro auch die dingens mitmacht gut aber alles ausprobiert und dann werde ich jetzt mal mein level zurücksetzen auf null freunde war schön euch kennengelernt zu haben wir sehen uns beim nächsten mal wieder adios amigos tschüss das tut mir immer so weh wenn ich das mache das wird dann gespeichert und das alles andere verschwindet auch vieles steht euch kein gelehrt zu haben und jetzt bin ich aber am ersten los und alles weg ganzen freunde ich kann mir sofort wieder neue kaufen ich starte sofort mit 3000 k wie viel hatte ich gar keine ahnung viel aber mit dem schwert den ich jetzt auch noch habe hier auch wenn ich das nächste mal wieder online bin ist das alles wieder weg und ja da muss ich von der einfach also naja von ganz nirgendwo nicht aber von 9 0 dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn auch nächstes mal beiseite bis dann ich euch viel spaß und dort wiedersehen tschüss tschüss